Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Lost. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battlefield 1. Zwar nicht gameplaytechnisch, weil das wird wohl noch etwas dauern, aber um die Zeit uns ein bisschen schicker zu vertreiben, habe ich mir heute jemanden eingeladen und zwar keinen anderen als den wunderbaren, einzigartigen IQUA. Hallo, was geht? Hallo. Wie geht's? Alle jetzt? Rest in Peace Headphone User. Das war nicht laut. Nein, es wird auch kompensiert, keine Angst. Mir geht's gut, es ist etwas verregnet, aber wir haben heute ein tolles Thema, wo man, glaube ich, sehr gut was drüber sagen kann. Gerade du, deswegen habe ich dich auch dazu eingeladen. Ja. Denn wir wollen heute mal über das Thema Snipern, Scharfschütze spielen. Snipern in Battlefield 1. In Battlefield 1, genau. Weil das ist eigentlich, also jetzt, wenn man es mal so aus der Luft greift, denkt man sich, was will man jetzt dazu sagen? Aber das gibt schon ein bisschen was her, weil das Interessante ist, dass Battlefield 1, ja, bekanntermaßen im Ersten Weltkrieg spielt, dort so Sachen wie die Repertier, ich spreche es jetzt extra so aus, weil es wurden schon so viele Kommentare geschrieben, das heißt nicht Repartier, das heißt Repetier. Repetiergewehre vorkommen und du ja im Speziellen gerade in Battlefield 4 sehr viel, ja, Repetiergewehre oder Bolt Rifles gespielt hast im Rahmen des, des Recurl-Setups und sich jetzt die Frage stellt, wie wird das im Battlefield 1 vonstatten gehen? Wird es dort die Möglichkeit geben, zu Quickscopen, wie es in den, in den moderneren Teilen der Fall war, sag ich jetzt mal, oder hält man sich da so ein bisschen an die, ja, historischen, historische Akku, Akkuratet, Akkura, an die historischen Vorlagen? Scheißwörter. Und sagt man, okay, wenn man jetzt den Sniper auswählt, hat man einen Scope drauf und man kann es vielleicht auch nicht wechseln, keine Ahnung, im Rahmen der Customization-Möglichkeiten vielleicht dann doch was anderes. Ähm, was glaubst du? Also wir haben ja, wir haben ja schon Gameplay, ja nicht Gameplay, aber wir haben ja schon Szene dazu gesehen. Ja, wir haben es schon gesehen, ja. Aber die haben jetzt noch nicht so viel hergegeben, um das irgendwie beurteilen zu können, ne? Na ja, im Großen und Ganzen ist ja gesagt, dass sich Battlefield 1 eher weniger an die Realität anpasst, was sowas betrifft, sondern wirklich eher in die Richtung Gameplay-technisch, dass es sich halt Gameplay-technisch gut spielt. Und ich denke, das wird auch die Sniper-Gewehre, beziehungsweise die Repetier-Gewehre betreffen. Denn wir haben ja dann eine kurze Szene gesehen, wo, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, da kam einer auf den Sniper zu, der hat den weggeholt und dann war oben auf dem Berg noch so ein Sniper, dem hat er einen Headshot gegeben. Und dann hat er eine C4-Ladung, also die CNC-Ladung abbekommen. Ja, und das ging schon relativ schnell, also das ist mit Battlefield 4 vergleichbar gewesen. Und ich denke mal, wenn man da ein dickes Scope drauf hat, da ist halt die Frage, was sind das für Scopes? Ein 40-fach Zoom oder sowas benutzt man jetzt auch nicht unbedingt in Battlefield 4, aber sowas wird es dann halt eher nicht so geben. Aber ich denke, Gameplay-technisch wird man da auch, ich sag mal, quickscopen können, auch wenn das immer so ein bisschen im Verruf steht bei Battlefield. Ich glaube es aber ehrlich gesagt auch, weil wie du sagst, das Game, es wurde ja öffentlich bekannt gegeben, es hat zwar diesen historischen Background, sei es Waffen oder so, aber vom Gameplay her, das haben sie uns auf dem Event ja auch gesagt, soll es sich ja schon so vom Umfang her auch wie die vorangegangenen Teile anfühlen. Also Battlefield 4, Battlefield 3. Ich denke mal, die Leute wissen mittlerweile in dem Franchise, dass es keine Simulation, noch nie eine Simulation war und noch nicht werden wird. Von daher wird es natürlich auch den Casual-Gamer ansprechen. Ich hoffe natürlich selber, dass es nicht nur rein den Casual-Gamer anspricht. Aber wie du sagst, gerade die Sachen wie die Repetilgewehre, ich glaube auch, dass es möglich sein wird, wenn man das Können hat. Und das ist ein guter Punkt, weil du gemeint hast, es ist so verrucht. Ich muss ganz ehrlich sagen, man kennt es ja auch aus der COD-Szene, so dieses Quickscopen und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann oder kann bisher auch nicht so ganz verstehen, warum das so einen negativen Aspekt hat, weil... Ja, weil es von COD kommt irgendwie. Das hat sich so in die Köpfe der Leute eingebrannt. Aber eigentlich ist es ein ganz normales Spielen und ein sehr gutes Spielen, wenn man es kann. Weil es bringt halt in dem Punkt nur Vorteile, wenn man halt nicht nur nicht 10 Sekunden jetzt im Visier ist und da den Gegner sucht, sondern einfach kurz reinscopet und den Gegner weg holt. Das ist es. Das geht halt deutlich schneller und ist halt besser. Das ist es. Und genau das Ding ist nämlich, es ist halt auch schwieriger. Vor allem, wenn du jetzt halt auf dem Server spielst, wo du gegen, wo du jetzt, sagen wir mal nicht unbedingt Boat-only, du spielst auf dem Server, spielst von mir aus Domination, jetzt Battlefield 4, und du spielst halt Boat-Sniper gegen ganz normale Assault-Rifles und haust die Leute aber reihenweise weg. Dann kann mir halt keiner sagen und kommen und sagen, das ist voll lame oder so. Nein, das ist... Das tun sie aber, das tun sie aber. Aber ich verstehe nicht so, weil das ist halt übelst der Skill. Weil wenn du nicht gerade auch noch nicht auf dem Hardcore-Server spielst, dann musst du den Gegner halt richtig treffen und du hast halt einen Schuss und wenn du den meistens versammelst und der Gegner nicht total Potato-Aim hast, dann bist du halt tot. Und das Ding ist halt so, also, ich merke halt mit der Zeit, du kriegst halt einfach das Gefühl dafür. Das ist dann gar nicht mehr so, okay, ich muss das hier so und so berechnen, dass du mich da schießt, sondern das ist halt Intuition. Du schießt halt im richtigen Moment, du drückst halt und ziehst der gar nicht wirklich rein. Du machst halt eben den Quick-Scope. Du gehst ganz kurz im Scope, drückst ab, Nachgefühl und triffst halt die Gegner. Und je mehr du das machst, wenn du halt die Fähigkeit dazu hast, kann natürlich nicht auch jeder erlernen. Ist ja genauso, jeder kann nicht Fußball-Profi werden. Aber mit der Zeit kannst du halt so ein Gefühl bekommen, dass es halt so ein bisschen so ein Automatismus wird, wo die Leute sich dann eben erst mal denken, what the fuck, was passiert da? Aber dieses, ah, das ist verrucht, das ist scheiße. Ich meine... Ja, ich denke, das wird auch bei Battlefield 1 ganz schlimm werden, wenn man das da so umsetzen kann mit dem, ja, Quick-Scopen, dass das da, vor allem, weil es Battlefield 1 Erster Weltkrieg... Ah, da kann man doch nicht Quick-Scopen, das geht doch nicht! Die haben da Grabenkämpfe und die haben eine Millisekunde rausgeguckt und haben die Köpfe gesucht, aber dann springt man da rum in Quick-Scopen. Kannst du denn nichts anderes? Bleib gefälligst mal auf deiner Position. Da meckern die Leute dann wahrscheinlich, dass man nicht so Sniper spielt, so wie sie über den Sniper halt in Battlefield 4 gemeckert haben. So von wegen hinten stehen, nur rumpimmeln, so, ne, so im Sprachgebrauch. Da wollen die Leute es wahrscheinlich da wieder in Battlefield 1 haben, so wegen dem historischen Hintergrund. Aber ich glaube, man muss die Leute da so ein bisschen sensibilisieren, dass es, denke ich mal, schon ähnlich wie da so in BF1 auch der Fall sein wird, dass man Mechaniken, die halt nun mal da sind, sei es aufgrund der Engine oder sonstiges, auch wieder nutzen kann. Und das wird auch im Rahmen des Snipens wahrscheinlich so sein. Und ich finde es auch nicht schlimm. Nee, was aber man auch dazu sagen muss, dass egal, was man tut, ob man jetzt im Nahkampf rumspringt und Quick-Scopet oder ob man hinten auf dem Berg liegt und ein bisschen defensiver spielt, egal, was man macht, es gibt immer eine Seite, die flämt dich. Ja. Das ist einfach. Aber so läuft das halt. Aber was ich bei Battlefield 1, um das hier nochmal anzusprechen, interessanter finde, wie läuft das mit den Repetiergewehren? Denn soweit ich weiß, der Medi hat ja auch Repetiergewehre, oder? Genau. War das nicht so in die Richtung? Also der Medic soll ja scheinbar, bis jetzt ist so die Info, dass es ja wieder zugewiesene Waffenklassen zu den einzelnen Klassen sind und der soll wohl nur halt momentan auf die Repetiergewehre zurückgreifen können. Und der Scout hat auch Repetiergewehre, also die Sniper-Repetiergewehre. Das war ja damals so, dass dann da halt ein Scope rangepackt wurde und dass dann Snipergewehre waren. Genau. Und wie, also der Medi hat dann auch Snipergewehre nur ohne Scope und beim Sniper, der hat die gleichen Gewehre mit Scope. Ich gehe mal starten, also ich kann es mir so vorstellen, weil ich meine, also ein, sagen wir mal, ein Mauser-Karabiner, Mauser 98, wurde halt damals klar für die ganz normale Info benutzt und wurde mit Scope, um halt, ja, auf weitere Entfernungen, wobei die Entfernungen waren ja meistens gerade da auch nicht so weit, aber sagen wir mal drei, vier, fünfhundert Meter, natürlich gab es auch welche, die wahrscheinlich auf einen Kilometer getroffen haben und die auch so weit schießen konnten, dass es halt einfach so aufgeteilt ist. Wir werden, wir werden Symphic, denke ich mal, wieder hier ein bisschen beobachten, wenn die dann Werte rausbringen, ob sich da was von den Schadenswerten dann hinsichtlich ändern wird. Aber grundsätzlich ist es das gleiche Gewehr, gehe ich mal stark von aus, nur halt mit der Möglichkeit, auf höhere Distanzen genauer zu treffen. Aber, ja, das, das würde mich auch interessieren, wie sie das dann spieltechnisch gestalten, wo man dann sagen kann, okay, jetzt lohnt es sich auch wirklich, den Sniper noch zu spielen, gerade wenn ich halt Boat Rifles spielen will, weil es stellt sich ja die große Frage, okay, ich habe den Medic, mit dem kann ich mich wahrscheinlich heilen, selber heilen, ich kann die Leute wieder beleben und ich habe meine Boat Rifles, warum sollte ich dann vielleicht den Sniper spielen? Bin ich mal gespannt, was da noch kommen wird. Naja, vor allem, weil es ja momentan auch sehr modern ist, die Snipergewehre in Battlefield 4 einfach ohne Scope zu spielen. Und da braucht man in der Meinung nach, denn die Scout-Klasse, also die Sniper-Klasse in Battlefield 1, irgendwas, was, also an Gadgets oder sowas, weißt du? So, keine Ahnung, Fernglas ist jetzt nichts, weswegen ich denn die Scout-Klasse spielen würde. Denn Fernglas, seien wir mal ehrlich, ne, ist jetzt, ja, vielleicht zum Spotten ganz cool, aber sonst, da muss es irgendwas geben, so. Da muss es irgendwas bei der Scout-Klasse geben, weswegen ich die denn spiele, so. Oder weswegen die Masse, die ich spiele. Ich hab mal gesponnen gehabt in bezüglich der Klassen und hab mir vorstellen können, dass der vielleicht Artillerie-Support oder solche Sachen, das gab's in den alten Teilen noch, dass die eben gerade mit dem Fanglas, genau, dass du halt da einfach, das ist halt so ein Team-Aspekt, das muss man halt dann mögen. Klar, wenn man zum Beispiel, ich glaub, wenn man sagt, ich möchte jetzt mehr als Einzelspieler halt was reißen, wo jetzt auch viele Leute da schreiben, ah, die Scheiße, hier, kein Teamplay und so, aber dann ist man wahrscheinlich vielleicht sogar mit der Medic-Klasse besser dran, aber ich mein, das sind ja alles nur Vermutungen, wir können schlussendlich nur abwarten, bis man das erste Mal spielen kann oder halt das richtige Gameplay sieht, um dann zu differenzieren, okay, wie wird das mit den Gewehren, gerade Boat Rifles im Hinblick auf Sniper und was lohnt sich da im Endeffekt, ne? Ja, aber ganz wichtig ist halt, dass es sich wie ein Battlefield spielen wird, auch das Snipen, das geht ganz gut und ganz schnell. Also ich denk mal, das wird genauso schnell ablaufen wie Battlefield 4. Von daher kann man den Leuten eigentlich nur noch raten, wenn ihr ein bisschen trainieren wollt, dann zieht jetzt in Battlefield 4 erstmal die Recall-Hosen an, packt euch die Boat Sniper raus und geht schon mal ein bisschen Schießübungen betreiben, weil ich glaub, das wird euch nicht positiv. Ja, das wird sehr wichtig, sehr wichtig in Battlefield 1, denn Repetiergewehre waren halt eine ganz große Sache und so die MGs oder was man denn, die MPS, MGs, mit denen man dann rumläuft, die sind halt jetzt nicht so heftig von der Vollrate und so weiter her, wie jetzt so in Battlefield 4 und die Repetiergewehre, spielen da denk ich mal ne gute Rolle, große Rolle vor allem. Ja, da bin ich auf jeden Fall. Deswegen üben, üben, dann seid ihr bei Battlefield 1 mit dabei. Also schön Sniper spielen. Und alle Leute flamen lassen. Ja, und ob ihr das geflamet doof oder eigentlich ganz cool findet, könnt ihr jetzt mal unten in die Kommentare schreiben und was ihr allgemein von der ganzen Thematik haltet, ob ihr vielleicht selber Sniper seid, euch drauf freut und auch schon gespannt seid, wie das ablaufen könnte. Und wenn ihr zukünftig auch was aktuell zum Thema Snipen oder allgemein Sniper-Gameplay, krasse Gameplay sehen möchtet, dann seid ihr beim Equal eh richtig hier. Das ist ja nicht ohne Grund hier. Ich spiele ganz gerne mal Sniper. Der spielt ab und zu mal gerne Sniper. Der wusste nämlich schon vor zwei Jahren, dass es sich lohnt, das schon zu trainieren. Ja, und dann habe ich durchgezogen. Ich hatte nämlich die extremen Insider-Informationen seitdem jeden Tag mindestens zwei Stunden Sniper, um dann mal Battlefield 1 richtig durchzustarten. Ja, sein Kanal ist natürlich unten verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei. Lasst ein Abo da, Leute. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich, dass du hier warst. Gerne. Und ich wünsche allen Leuten da draußen einen wunderschönen Tag. Okay, haut rein, Leute. Lasst dem Lost mindestens 1000 Likes da. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020